Norddeutscher Rundfunk 2021 Und Sebastian Heimann mit der optimalen Ausbeute Zoffelköping, 2 Minuten rausgeholt Wunderbare Bewegung von Sobias Ennebeg Und wieder Schego, das gibt es doch nicht Aber viel macht er nicht falsch Ole Klimke sehr, sehr stark Das gibt es doch nicht Jetzt muss Markus Bauer reagieren Das sind zu viele Ich formuliere es mal vorsichtig Unglückliche Entscheidungen von Persson Und dann ist Wetzlar bis auf drei Tore ran Und das kann den Göppingern nicht schmecken Wow, das hat ein Tor verdient gehabt Zweimal behind the back Das macht auch ihm Spaß Da stand er echt unter Druck Das wäre Schiller Aus der Schweiz Wunderbar, ah das ist ein Traumanspiel Uiuiuiui Passt ihm an die Schmied, Steve Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel Das hat er jetzt ausgestattet 24, 18 Eins links und nochmal gucken, was passiert Was passiert ist, dass das Abwehrzentrum nicht existent ist Bei der ASG Das ist ein Tor Ruhe und Übersicht bewahrt haben Das kann man mal gucken Friedrichsen auf Wellegard 32 zu 27 Plus fünf am Ende für Göpping Das geht genauso In Ordnung Heute hat es sich richtig gut angefühlt Wir waren von Anfang an hellwach Wir standen sehr, sehr gut in der Abwehr Wir hatten ein gutes Tempospiel Und waren vorne gerade die ersten Minuten sehr, sehr effektiv Und das hat uns eigentlich von Anfang an geholfen davonzuziehen Ich glaube, was sich dann heute auch wieder durchs Spiel zieht Dass wir wieder den nächsten Torhüter Einen Paradenrekord geben Wie schon viele Spiele zuvor Und dann einfach unclever sind bei unseren Abschlüssen Alle Spiele live und auf Abruf bei dein